Wenn der noch kein Sark oder kein Album hat oder ein T-Shirt oder sowas, der kann gerne nach dem Gig zu uns kommen und dann kriegt er was. Wir haben ein bisschen was dabei, T-Shirt, CD und noch eine CD und so. So, no more lies. So, no more lies. So, no more lies. So, no more lies. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja, ja.